Stadt TV. Kulturell, interessant, wissenswert. Das Beste für Bad Hersfeld. Ach, wo bin ich denn hier gelandet? In Bad Hersfeld. Das ist aber toll. Energie- und Klimatage. Das ist aber schön. Da geht es um Energiesparen und ich habe viele Kinder eingeladen. Dann will ich den Kindern doch mal unsere Glühli zeigen. Glühli, komm doch bitte mal. Ja, hallo. Kasperle, du bist ja auch da. Das ist aber schön. Ja klar, die Stadtwerke haben uns noch eingeladen. Das ist doch toll hier. Also das ist eine wichtige Veranstaltung. Toller Erfolg. Ich habe gerade einen Rundgang gemacht mit den Firmen. Die sind total begeistert. Die Besucher, die kommen. Das sind sehr gehaltvolle Gespräche. Und wie einer sagte, diese Ausstellung zeichnet sich dadurch aus, dass es eine Abschlussmesse ist. Ja, also nicht nur Beratungsgespräche, sondern hier werden Aufträge unterzeichnet. Das ist natürlich für die Mitmacher, für die Aussteller ganz wichtig, dass auch Aufträge gezeichnet werden. Herr Gilbert, Sie sind von Stadtwerken auch hier bei der Energiemesse. Erzählen Sie uns etwas über Ihre Beweggründe. Als Stadtwerke sind wir auch Veranstaltungspartner dieser Energie- und Klimatage. Das ist uns natürlich ein besonderes Anliegen. Es ist unser Thema, Energie und Energie richtig zu erzeugen, richtig einzukaufen, richtig zu verwenden. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und das ist ein Feld, in dem wir uns bewegen. Frau Zuschlag, was für ein Leistungsspektrum bieten Sie in Ihrem Unternehmen an? Ja, da bieten wir einmal diese regenerative Energie an, wie Wärmpumpe. Wir haben Brennwerttechnik im Programm und auch was Pelletheizung mit Holz, halt noch verschiedene Sachen. Dann bieten wir zum anderen natürlich auch Barzanierung an, Komplettbarzanierung oder auch neue Bäder. Das ist alles so in unserem Rahmen. Herr Zuschlag, wo sehen Sie noch Möglichkeiten zum Energiesparen? Möglichkeiten zur Energieeinsparung gibt es im Haus eigentlich überall. In allen Ecken, überall. Ob das bei den Beleuchtungen ist, ob das im Heizungskeller ist, bei den Umwälzpumpen. Es ist unglaublich vielseitig, wenn man so durchs Haus geht mit offenem Augen, wo man überall Energie einsparen kann. Was für ein Leistungsspektrum bieten Sie in Ihrem Unternehmen an? Ja, Okal ist also der älteste deutsche Fertighausanbieter. Und wir bieten freigeplante Häuser in Holzständerbauweise vom Ausbauhaus bis hin zum bezugsfertigen, schlüsselfertigen Haus. Unser Vorteil ist also der, dass wir im Standard Energieeffizienz 55 Häuser bauen. Und vor allen Dingen, was also auch wichtig ist, dass wir bereits schon heute nachhaltig bauen, bedeutet also, dass wir auch die Wohnbedürfnisse für die Zukunft halt auch berücksichtigen. Insbesondere zu erwähnen wäre hier die Haussteuerung. Welches Leistungsspektrum bietet Ihr Unternehmen? Wie der Name schon sagt, Firma Haier Fenster, Türen, Sonnenschutz. Wir befassen uns seit 1929 mit dem Thema Fenster. Wir sind ein kleines Familienunternehmen, was in Bad Hersfeld ansässig ist. Und hier heute auf der Messe wollen wir ein bisschen was zeigen, wie man Energie einsparen kann. Mit smarter Sicherheit auch mit dem Thema Sonnenschutz und eben energiesparenden Fenstern. Algea Future GmbH, um das zu kompletieren, ist tatsächlich ein ganz neues Unternehmen. Wir sind seit etwa anderthalb Jahren Handelsregister eingetragen. Am Eichhof in Bad Hersfeld, jetzt ein neues Unternehmen, soll in 2014 dort eine Halle gebaut werden mit einem entsprechenden Algenzuchtbecken, einem Algenbioreaktor, wo wir Algenbiomasse gewinnen aus den Möglichkeiten, die dort von der Biogasanlage über CO2-Abgabe und Wärmeabgabe direkt in unsere Algenzuchtbecken dann zu dieser Algenbiomasse führen sollen. Pelletheizung, die Energiesparung der Zukunft. Es ist auf jeden Fall eine Energie, die immer wieder nachwachsend ist und CO2-neutral, das heißt also auch umweltschonend und in meinen Augen auch die Energie der Zukunft. Was bieten Sie noch für Energiesparmöglichkeiten? Wir haben auch energieeffiziente Ölbrennwertkesselanlagen oder Gasbrennwertkesselanlagen, Solaranlagen als thermische Solaranlagen für Warmwasserbereitung oder für Heizungsunterstützung. Das sind alles Dinge, die zeitgemäß sind und auch im Gegensatz zu den Altanlagen sehr viel Energie sparen können. Also die hessische Energiesparaktion unterstützt natürlich die Stadtwerke und auch die Stadt Bad Hersfeld. Deswegen sind wir hier vertreten mit unseren kompletten Ausstellungen plus die Ausstellungen, die das hessische Umweltministerium zur Verfügung stellt. Und wir bieten wie in den letzten Jahren auch einen Vortrag an. Diesmal ist es Stromeinsparung im Haushalt. Die Stadtwerke und auch die Stadt Bad Hersfeld sind Kooperationspartner der hessischen Energiesparaktion und deswegen läuft diese Kooperation auch schon über Jahre wirklich erfolgreich. Und das ist der Aufhänger, dass wir uns hier engagieren. Also wir sind hoch zufrieden. Wir haben viele Leute. Die ersten Resonanzen, die wir so bekommen haben, sind sehr gut. Auch von den Ausstellern haben wir positive Resonanzen bekommen. Insofern können wir schon ziemlich zufrieden sein bisher mit der ganzen Geschichte.